Schwere Vorwürfe gibt es gegen einen Betrieb aus dem Mostviertel, der auf die Herstellung von Eiprodukten für Gastronomie und Großküchen spezialisiert ist. Demnach sollen am Standort im Bezirk Amstetten verdorbene Eier verarbeitet worden sein. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten prüft die Vorwürfe. Außerdem ist der Betrieb heute von Lebensmittelaufsicht und AGES kontrolliert worden. Es sind diese Fotos, die den Fall ins Rollen bringen. Ein Privatdetektiv übermittelt die Aufnahmen an Redakteure der Süddeutschen Zeitung und oberösterreichischen Nachrichten. Außerdem erstattet er Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in St. Pölten. Dort bestätigt heute ein Sprecher, dass wegen des Verdachts des qualifizierten Betruges ermittelt wird. Konkret geht es darum, dass verdorbene Eier mit frischen Eiern vermischt worden sein sollen. Ermittelt wird sowohl gegen Verantwortliche des Betriebes als auch gegen den Betrieb selbst, der laut Homepage jeden Tag bis zu eineinhalb Millionen Eier aus ganz Europa verarbeitet. Für eine Stellungnahme vor der Kamera war heute niemand bereit. Mit Kritik und Unmut reagieren Organisationen wie Vierpfoten oder die Erzeugergemeinschaft für Frischeier. Ich glaube, es ist eine massive Rufschädigung gegenüber der österreichischen Eierbranche, die sich wirklich bemüht hat und wie ich eingangs schon gesagt habe, auch Vorreiter war im Tierschutz, in der Hygiene, in der ganzen Transparenz. Gefordert wird deshalb die verpflichtende Angabe der Herkunft. Nicht nur jetzt beim Ei, sondern in vielen anderen Bereichen. Wir wissen ja oft gar nicht, vor wo diese Ware herkommt, weil da werden klingende Namen verwendet, wie direkt vom Bauern oder frisches vom Land. Das heißt aber nicht, vor wo das herkommt. Das ist nicht nachvollziehbar. Daher ist es umso wichtiger, die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie, im Außerhauskonsum, in den ganzen Großküchen und vor allem auch in den Fertig- und Halbfertigprodukten. Österreichweit gibt es 2200 Betriebe, in denen Eier produziert werden. Sie distanzieren sich deutlich von den Vorfällen im Mostviertel. www.y Jahresien-Modellimus.de